Der Kaffee ohne Milch Der Kaffee ohne Milch Der Kaffee ohne Milch Einen Kaffee ohne Milch Einen Kaffee ohne Milch Einen Kaffee ohne Milch Ich hätte gern einen Kaffee ohne Milch Ich hätte gern einen Kaffee ohne Milch Ich hätte gern einen Kaffee ohne Milch Der Tee mit Milch Der Tee mit Milch Der Tee mit Milch Einen Tee mit Zucker Einen Tee mit Zucker Einen Tee mit Zucker Einen Tisch für vier Personen 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 Am Fenster bitte! Am Fenster bitte! Möchtest du weinen? Möchtest du weinen? Möchtest du weinen? Möchtest du weinen? Wir möchten in Urlaub fahren. Wir möchten in Urlaub fahren. Wir möchten in Urlaub fahren. Ich hätte gern ein Bier. Ich hätte gern ein Bier. Ich hätte gern ein Bier. Ich hätte gern einen Tisch für heute Abend. Ich hätte gern einen Tisch für heute Abend. Ich hätte gern die Speisekarte. Ich hätte gern die Speisekarte. Ich hätte gern die Speisekarte. Ich bin allergisch gegen Nüsse. 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 Ich habe gern die Speisekarte. Ich bin allergisch für heute Abend. Hier ist meine Tochter. Meine Kinder sind müde. Meine Kinder sind müde. Ich hätte gern Kuchen. Ich hätte gern Kuchen. Ich hätte gern Kuchen. Folgen Sie mir bitte. Folgen Sie mir bitte. Folgen Sie mir bitte. Wann möchten Sie frühstücken? Wann möchten Sie frühstücken? Wann möchten Sie frühstücken? Die Besprechung ist am Dienstag. Die Besprechung ist am Dienstag. Die Besprechung ist am Dienstag. Ich arbeite sonntags. Ich arbeite sonntags. Ich arbeite sonntags. Meine Kinder haben im August Ferien. Meine Kinder haben im August Ferien. Meine Kinder haben im August Ferien. Mein Geburtstag ist im Juni. 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 Untertitelung des ZDF, 2020